Norddeutscher Rundfunk 2021 Dieser Frühling war hart. Für uns alle. Wir mussten zu Hause bleiben. Unsere Freunde und Familie durften nicht sehen. Sie waren eingesperrt. Und wir haben gemerkt, was wahre Freiheit bedeutet. Freiheit ist Weite. Freiheit ist durchschnaufen. Freiheit ist Unbeschwertheit. Freunde, Familie, Sonne, Luft, Natur. Für Freiheit braucht es keinen Strand, keine Animatoren und kein All-Inclusive. Aber es braucht die richtigen Leute. Das Gefühl, wirklich willkommen zu sein. Essen, das einfach gut riecht. Die tollsten Aktivitäten. Und die schönsten Ausblicke, die die Welt bietet. Und dann merken wir, dass es bei uns zu Hause doch am schönsten ist. Im grössten Naturpark der Schweiz. Social Distancing war noch nie so schön. Savernien. Evio. Albola. CBS. Ich hab auch angefangen. Das ist es das franchempest. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020